So meine Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zu unserem Let's Play Ark Operation. Mit dabei ist heute wieder der liebe Jones. Hallo. Hallo, hallo. Wir sitzen wieder auf, achso natürlich Mr. Orange, äh ne gar nicht, verdammt, jetzt habe ich es verkackt. King Drake der Erste und Jones, der Grün-Blaue ist auch am Start. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Also, wir haben, oh, der kann auch DJ-Move, guck mal. Oiku, 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 oiku. Die machen mich fertig, Alter. Okay, Jones, was haben wir heute vor? Jo, ähm, ja, wie bereits schon in der letzten Folge angekündigt, sollen wir ja bald den Boss angehen. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir ja die zweite Cave gemacht und heute ist die dritte Cave dran. Ja, Mann, ey, das hat gestern so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein Video auch so viel Spaß. Also, es sieht momentan ganz danach aus. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Likes, für die ganzen Abos, die neu reingekommen sind. Macht weiter so. Ich freue mich auch über jeden einzelnen Kommentar. Ohne Scheiß, ich versuche da wirklich zeitnah zu antworten. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für den Support. Und ich glaube, Jones gefällt das auch ganz gut. Ja, okay, ja. Ohne Worte. Ja, ja. Einfach. Ja, ja. Ihr seid die geilsten, ohne Scheiß. Geilste Community ever. Dankeschön. Ähm, wir treffen uns jetzt mit Maggi und Fussel und dann geht's gleich los in der Cave. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute. Wir sind hier am Start und wir sind hier direkt vom Cave. Und natürlich ist Fussel die einzige Intelligenzbeste gewesen, die Leuchten, die noch nicht waren. Und die anderen sind alle nicht. Also könnte es sein, dass wir dich vielleicht was zu dem verrufen müssen. Ja, ist gern. Ist okay. Koordinaten vielleicht nochmal ganz kurz zeigen? Koordinaten, das habe ich noch nicht gezeigt. Wir sind hier bei, ich habe das Stück jetzt gerade weggepackt, 809474 im Hazardgebiet. Also wir müssen auf jeden Fall Hazardrüstung anhaben, um hier überhaupt herzukommen. Ja. Alter, ich habe so Bock auf die Cave, Mann. Ja, ich glaube. Gestern war schon so krass. Ja, richtig geil. Huch. Oh, lol. Oh, lol. Oh, ich bin hier voll rumgepackt, ey. Ja, aber ich bin jetzt nicht so professionell aus. War da schon der Leck, ey? Habe ich auch kurz gelassen, also ganz kurz. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, hier fängt es richtig zu sein, oder? Oh, ja, weil ich muss auf jeden Fall gleich Gamma 3 machen. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir mal Gamma 3 machen, weil es ist echt dunkel. Ja, ein bisschen. Oh, mein Gott. Oh, wow. Hier waren wir im Stream. 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 Oh, da oben ist schon mal richtig hier. Und wir wollen auf keinen Fall ins Wasser, das sage ich jetzt schon. Nein. Ja, wir sind ja hier durchgeglitten. Wir können auch an der Decke laufen oder so. Na, das geht. Bist du schon weiter? Aber ich bin hier oben. Hier steht auch gleich. Ja, wir müssen halt echt, ja, wir müssen erwarten, weil wir müssen alle hintereinander so. Ja, ich bin hier hinten, hier hinten unten. Seht ihr mich? Ihr seid, ihr habt ihr mit drinstehen. Kann man das natürlich auch machen. Ja, ich krieg gerade die Rockdrag-Steuerung nicht so hin, wie ich das will. Okay, auch hierher kommt das ziemlich sicher, doch sehr. Oh Gott, das sind Sieger, ich muss nicht das machen. Das sind so viele Sieger. Wow, ich sehe es auch gerade. Nein! LOL! Oh nein! Was macht die da alle? Ich wollte, ich wollte beißen. Und dann bin ich... Nein, nein. Okay. Das sah nur so aus. Die Seeker haben aufgehört und wir sind alle durch. Okay, lass es weitergehen, lass es weitergehen. Das sah nur so aus. Oh, was ist das denn? Ach so, das sind die Seeker. Ach, okay. Das sind und vegane Sauros, die irgendwie übel leuchten. Ja, total, oder? Und irgendwie müssen wir blauen Kristallen folgen. Da oben ist einer. Ja, dann links, oder? Ah, dann das war ich hier so lang, oder? Oh, Nameless Johnson, Nameless Johnson. Das sind aber blau, Kristallen. Ah. Hier übeln wir auch. Ja, überall so blauen sollen. Ich glaub, wir sollten hier die Nameless wirklich killen, ne? Nicht das hier nachher Reaperschen, obwohl wir kennen die... Ja, obwohl, Reapers knacken wir auch so weg. Easy peasy. Wir haben noch keine Chance, die Lappen. Ey, jetzt fällt hoff nicht ein. Äh. Okay, äh, ja. Wo gehen wir lang? Wir sind's egal. Ja, go, go, da dann. Wir sind dann gerade aus. Weiß dann, weil da sieht so noch blauen shiny aus, oder? Okay, gehen wir hier lang. Das sieht's blauen aus. Oh, ja. Tatsache. Hier. Äh, Nameless, bitte, nein. Ja, Nameless. Oh, Seeker. Hab ich. Und Nameless, komm. Easy. Kannst du nicht anlaufen wie Seeker. Oh, danke Matschi, danke. Wollte ich schon immer haben, nicht? Ja, nicht. Wolltest du nicht? Nee, das haben? Nee. Das ist wie, wenn deine Oma dir zu Weihnachten Socken schenkt. Wunderschön. Danke, Oma. Jedes Jahr. Freu ich mich. Nicht zu euch. Hier sieht's gar nicht so richtig... Oh, die Filmechen. Lass mal hier hoch, oder? Wo so? Hier oben, du? Ach, Siegarde, ja. Oh, Licht aus. Hier ist... Hier ist... Hier ist... Quatsch ist hier oben. Ja, eigentlich müsste ich mich doch irgendwie anlassen, weil wir hier auch bläblich sind. Ja, aber... Weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ist egal. Oh, wow. Ist echt egal. Okay, hier... Hier geht's... Oh, ich hab Karano aus der Seele angegriffen. War an natürlicher Absicht, meine ich. Äh, ja klar. Ein bisschen Action, ne? Ja. Die sind eh glaub ich hält. Ich würd fast sagen, sie gehen hier irgendwo... Wollen wir da rüber auf diese... Oh mein Gott, 3A nicht. Ja. Naja, ich... Ich hab die Megalosaurus. Die Alu Megalosaurus, wer kennt sie nicht? Die Megalosaurus. Ich hab auch... Megalosaurus. Die machen halt echt Schaden, ne? Ja, die machen... Also wenn ich... Also wenn ich... Dann will ich... Ich kämpfe mit dir. Wo ist der denn? Ich weiß nicht. Ja. Hä, ist hier noch einer? Ja. 120 war der. LOL. Ja. Wollte ich grad sagen, also... Hat jemand noch Licht anzufällig? Ja, ich. Der Seeker dort ist... Gepowered. Okay. Das waren sie. Alter. So. Leute, mein Plan wäre... Dass wir da rüber gehen auf diese komische, irre Insel da. Ja, go, go. Du bist Orientierungs-Main. Go, go. Ne, ich hab keine Ahnung, aber... Okay. Äh, ja. Ah, Johns falsche Richtung? Ne, ne, ich will von dir ohne abspringen. Nein! Achso. Alles gut. Ich dachte, oh nein, ihr seid jetzt alle rübergekommen. Ich bin eigentlich nur aus Versehen dahin gefallen. Aber okay. Ich bin gefallen. Oh mein Gott, okay. Flieg, wo sie... Ich glaube, wir müssen sogar in deine Richtung, oder? Hier ist doch ein blauer Kristall. Ja. Also hier so links, ne? Wo Frusel ist... Ich bin so ein... Da sind tausend Seeker hinter dir her, Alter. Und das ist nicht mal... Übertrieben. Na dann, helf mir. Ja, ich bin schon dabei. Äh... Warte, du stellst ihn auch noch mit. Ja, ich... Was soll ich denn das denn gerade? Äh... Oh nein. Oh nein. Ah, ich kann... Boah, guck mal, was für ein Glo... Ähm, hier so ein Vogel. Pinker. Ich hab'n Problem. Warte, warte, warte. Ich komm'n, ich komm'n. Ich schild' dem ne Stück. Komm her. Komm. Okay. Alles cool. Doch. Also... Also ich bin halb rein. Was? Zur Hölle? Echt? Der Pinker kommt wirklich so schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nee, sie hat'n gekillt. Nee, nee, nee. Ich hab'n erst alles hier nach hinterher gezogen. Nein. Nein. Nein, war ich nicht. Wir sehen für deine Aufnahmen. Nein. Kann man die Tiere in der Cave überhaupt sehen? Da ist doch einer, genau. Was labert ihr denn? Was labert ihr denn, ey? Was labert ihr? Die alte Chili Gang hätt'n nicht so rum geflamed. Okay. Das tut mir leid, genau. Ist das dann auch weiter hoch, oder was? Ach so. Kann man den Tape holt man jetzt? Hat so mal Geld? Na klar, wenn du, wenn du diese Pilze dabei hast. Äh... Der braucht auch noch diese gelben, ne? Ja. Aber, das meinte ich halt eben. Wir sind in der Höhle, oder? Kann man da überhaupt zacken? Ah, ich glaub, das macht zähmen. Oder nix, solange die nicht. Da sind wir doch letztes Mal aufgetamed in der allerersten Höhle. Tatsache, Tatsache. Guck mal, da geht's doch noch nach oben, ne? Ja, wollen wir hier hinten lang? Wo hinten? Hier oben meinst du, oder? Nee. Also da, guck mal hier, wo ich hier hänge, da gibt's ein Gewicht rum. Ah, dann gehen wir da hoch. Oder? Oder ist das nur so eine Einbuchtung? Ich hab keine Ahnung. Nee, hier geht's echt lang. Ja, dann gehen wir da lang. Wenn ich da irgendwie hochkomme irgendwann mal. Ahhhh. Okay, ich hatte meinen Klettermodus nicht anmacht, dass ich da nicht klettern kann. Ja, das ist richtig, dann sag das mal. Okay, der Weg geht nur ein Stückchen und dann kommt man hier an so einen rosaen Wasserfall. Oh, da! Oh, da! Oh, da! Da drüben ist Wasserfall. Ja, kann es sein, dass wir von da kommen? Ich weiß es gerade echt nicht. Gingen da nicht tote Sachen? Da stehen ganz viele Läden darun. Das sind tote. Nameless. Okay, okay. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wo wir lang müssen, aber das war ja einfach. Die sind weiß. Bei mir ist... 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 Viertel. Alles sexy. Alles sexy. Ja, ähm. Keine Ahnung. Was hast du immer aus diesem Mann gemacht? Wollen wir... Wollen wir gucken, wo es da lang geht? Dann müssen wir ja, wo es dann sonst sein. Das ist das Effekt einfach wohl dazu. Hahaha. 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 Wieso? Wurgeklagt? Wurgeklagt? Wollen wir uns hier in Baseball? Ja, lass uns hier in Baseball. Ich komm mir nicht klar, Alter. Jetzt lauf, Forrest. Ah, egal. Ich lauf jetzt durch. Lass euch hier zurück, ey. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Oh, ich dachte... Aua. Ich dachte, wir gehen einfach mal hier weiter, weil hier sind böse Sachen und sowas. Das ist gut. Böse ist immer gut. Ich wollte gerade sagen, böse Sachen sind wahrscheinlich Richtung... Richtig. Richtung Richtig. Richtung Richtig. Richtung Richtig, ja. Ah, und hier sind blaue Dinger so. Ja, ja. Ich fühl mich hier wohl. Ah, ich... Stack. Stack. Fest. Au. Ah. Also... King Drake, der Erste, muss echt ein bisschen abnehmen, glaube ich. Schade. Das ist echt schade. Der war nämlich immer ein guter. So, hier geht's überhaupt nicht. Irgendwann wird jeder mal so fest. Hier geht's viel lang weiter. Alter, ich... Ich hab keine Ahnung, wo wir schon waren und wo nicht, ey. Ah doch, hier waren wir schon. Was zum... Hier waren wir tatsächlich schon. Das war die Bilderrense, wo wir angehalten sind, glaube ich. Oh, wow, man. Ich steck hier immer ein Fest. Hauptsache, ich hab 3 Millionen Nämnis hinter mir. Komm da rum. Oh, ich bin runtergefahren. Ah, du fällst da drunter, ey. Bist du hier? Ich dachte, du musst mal schön weiter an mir rumkauen. Ne, ich bin hier oben. Oh. Hier oben. Siehst du mich? Nein. Ich seh ihn. Wuchst du, du siehst du dich nicht? Da oben. Hä? Ach, da oben. Warum werde ich hier so geknechtet vom Playblest? Ach, da bist du. Okay, okay. Ich seh dich mal. Ich komme, ich komme. Ich versuch bei dir diese scheiß Globus. LOL! Was macht mein Drake? Ich weiß nicht. Alter, ich zieh mit dem Fadenkreuz direkt an die Klippe, wo du saßt und der fliegt einfach links dran vorbei. Wo, 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 wo. Was mach ich hier? Äh, ja. Okay. Ah, die sie ist hier. Hey, sie ist hier. Hey, na? Wo ist Vorsitz? Wo ist Jones? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und der Pant? Ah, da. Ich hab keine Ahnung wo wir langkosten, aber ich glaube, da hinten ist irgendwie, keine Ahnung. Ey, Blöcher, halt auf. Also. Ich kämpfe. Aber Kano. Ja. Wir müssen Machi alle helfen. Oh, sorry. Und er so macht. Okay, ciao. Ja. Das Ding ist, wir brauchen ja nicht kämpfen. Warum sollen wir kämpfen? Ja, aber wenn ihr uns trotzdem angreift. Und ich werde... Du kannst doch trotzdem rausfliegen. Oh, jetzt muss ich aber auch. Ich hab Schelgen vor sich. Oh, wir werden auch Schlafen fliegen. Oh Gott. Ich wollte ja nicht kämpfen, aber wenn trotzdem irgendjahr beißt und die uns zustacken, wo soll ich denn hin? Lass uns machen. So. Alle weg. Okay. Was wollen wir jetzt noch? Alle weg. Ja, jetzt. Okay, Vicky. Was? Ich werde hier voll angeklaumt. Ja, weil du halt einfach dich voll verziehst oder bist du nicht? Ja, ich bin auch einfach nur von dir gebt. Ich konnte nicht mehr zurück, weil ich keine Stammimum mehr hatte. Okay, okay. Dann habt ihr alle eine gute Ausrede gehabt. Ja, ja. Das ist wahr. Ich verstehe schon. So, jetzt sitzen wir alle auf dem größten Fortpunkt auf der ganzen Welt. Cool. Cool, dass wir jetzt hier hin sind. Ich hab keine Ahnung, wo wir hinwollen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich glaub auch. Ja, aber ich weiß doch nicht, wo es richtig lang geht, Leute. Der Jack denkt sich bestimmt gerade so... Ey Leute, ihr seid jetzt schon frei, aber ich hab vorbeigelaufen. Warum seid ihr nicht? Warte nix. Ich weiß... Ah, hier kommen wir echt her. Ja, hier kommen wir echt her. Ja, hier kommen wir echt her. Ja, hier kommen wir echt her wirklich. Alle hier. Oh, guck mal. Da. Cool. Du bist du? Ja. Warte. Mit drin stand nur dabei. Weil du hast hier irgendwo. Da, ich seh euch. Da, ich seh euch. Ah, hier. Ja. Hallo. Hey, und wir hängen hier. Ah, ein Labyrinth. Das ist echt ein Labyrinth, man. Weil hier sieht doch alles gleich aus. Ja. Also geht jetzt hier so. Ja, laufen mir entgegen. Na ja, mach ich. Hm. Hier, hier. Kann ich sagen. Wir lassen uns mal alleine, wenn ihr... Oh mein Gott. Ich muss wieder fliegen. Wir wissen ja nicht mehr, wo du gerade hingehst im LCL. Wir sind noch da, wo du uns zurückgelassen hast. Ja, ich war da auch. Also wenn ihr hier hochkommt, der ist da an der Decke irgendwo. Ich bin ganz oben an der Decke, ja. Ja. Hier. Alles klar. Ah. Hier geht's glaube ich weiter. Guck mal, da. Wo guckst du gerade hin? Da? Okay. Ich glaube, Jones hat einen Weg gefunden. Echt? Nee, weil hier, guck mal, da sieht's auch so aus, als wenn's weitergeht. Aber ich kann noch mal rüber, wo Matsch ist. Ich glaube, wir haben dasselbe drin. Matsch ist hier. Ja, hier ist da. Ah ja, da bist du doch auch. Hier, da hängen noch zwei. Vorsicht hier über dir. Über dir. Über dir. Wie komm ich denn da hin? Oh, dran schießen. Ja, ja, ja. Die sind nur ganz alles in Richtung fliegen. Ich krieg das wie hin mit dem von den Wänden so abstoßen. Das ist auch nicht so einfach. Aber da oben weiter? Oder was meint ihr? Ja, wir probieren's einfach mal. Was soll's? Da, kann ich euch mal finden? Ja, ja. Wir warten noch. Äh, sieht mich jemand? Ich seh mich nicht. Äh, kletterst du da an der Wand gerade? Ja, ich seh, ich seh halt euch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ist das Matschie oder bist du das? Warte mal. Ich bin hier ganz oben. Bist du gerade abgesprungen? Du bist das. Wo bin ich denn? Bin ich richtiger? Äh, wir hängen hier in der Mitte, glaub ich. Das Problem ist, ich seh's halt einfach nicht, weil ich halt nicht beim Drachen irgendwie... Ach, genau hinter mir. Wie kann ich mich jetzt gut abstoßen, dass ich zu... Du guckst einfach dahin. Wenn du Fahnenkreuz siehst in die Richtung, dann bist du richtig. Was muss ich denn drücken? Äh, linke Maustür. Äh, linke Maustür, sorry. Sorry, fast alles falsch gesagt. Ah, perfekt. Perfekt. Danke. Danke. Diese Pisi. Ja, hier sieht auf jeden Fall lecker aus, muss ich halt sagen. Nein! Tschüss dir, sie. Ciao. Oh nein. Ich bin schon hier drüben. Wo, hier drüben? Ah, da bist du echt? Oh ja. Okay, kommst du hier rüber? Das sieht halt genauso aus, wie wo wir schon waren. Findest du? Ja, irgendwie, irgendwie schon. Ja, aber hier ist richtig, glaub ich. Obwohl, es sind zu viele. Ich glaub es ist. Lol. Der Pfadenkreuz hier drüben, aber da springt immer nur 1 Meter in. Hm. Wollen wir hier einfach wieder durchjumpen? Ja. Sofern möglich. Was, was, was? Hi. Hi. Stop. Nein! 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 Wow ist das hell! Oh! Ah! Ah! Aua, ich hab falsche Handbekommen von dem kleinen Gegner verraten. Hier, guck mal. Was? Warum ist das so hell? Was steht da? Oh! Oh, lol! Lol! Hier ist voll hell. Ich weiß gar nicht, dass er neben der Mache steht. Alter, ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hab so in den Kristall reingeguckt. Ich seh gar nichts mehr gerade. Ich bin echt blind. Wow. Das war... Hä? Heftig. Ich hab das schon aufgeladen. Das ist doch cool, Alter. Aber okay? Ich ne. Oh, ist das geil, Mann. Ja, warte, warte. Ich will auch reingucken. Ja, gerne. Kannst gerne reingucken. Attract des Pierschens. Das Pierschens auch. Oh, hm. Jetzt seid die Pierscher magen. Ich lächel auch. Oh, ja, bitte. Bitte lachen Sie sich. Aua! 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 ich will auch gleich noch skillshot machen ja ne darfst du nicht das ist 91,51 genau 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 sexy aber der weg ist ja ziemlich einfach habt ihr ja gesehen ja also wie wir hierher gekommen sind ist ja easy peasy obwohl tatsächlich ist das echt easy peasy wenn wir mal richtig überlegen das ist eigentlich nur durch diese erste gasse fliegen wo die ganzen dinos sind und dann direkt an die decke gehen und dann von da ist die gasse also von da sieht man schon die gasse also ehrlich zu sein selbst welcher mit reingehen würde ich würde es nicht finden auch wenn du gerade erklärt hast ich würde es finden glaube ich gut dann hörst du das artefakt immer hier raus in der case ok ok immer wieder wo ist es heute gemeint mehr den jetzt einer mit oder soll ich den eigentlich gar nicht die spielt heute komplett gegen mich und braucht mich noch an das ist ok hä warum ich hab verhöhnt dass ihr headshots mehr zu gehen was ist denn da heute interessiert ich habe echt nicht zugehört ich war gerade so fasziniert von dem 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 faszinier faszinier Against Warne Wortschwierungsfindigkeiten.de Faszinier Ja aber sonst würde ich sagen Leute wir machen hier eben einen cut sollen wir uns alle einen Artefakt reinholt und dann treffen wir uns bei der base wieder wieder oder was Auf jeden Ok bis bei euch Bis gleich So Freunde, wir sind wieder zuhause Alle heil angekommen Und wir haben einfach mal alle drei Artefakte Auf den Sockel gestellt, weil wir jetzt alles an den Start haben Sieht wundervoll aus Ja, man, richtig nice Alter, ich freue mich richtig, dass wir das geschafft haben Das ist schon mal so das Schwierigste Ich dachte eigentlich, wir haben hier einen Tag Transmitter aufgestellt, dass man da nachgucken kann Ja Welche Sachen wir natürlich brauchen Aber wir waren letztens noch an der Oberfläche Und haben da gesehen, dass wir halt nur drei Artefakte brauchen Für den einfachen Pass Von daher, das können wir easy machen Das sollte gar kein Problem sein Und da freue ich mich schon richtig drauf Ich auch, ich habe richtig Bock Ich hätte nur noch nicht vor, wo wir so Dinos jetzt schleppen müssen, um da hinzukommen Da müssen wir uns echt mal eine Birne machen Ja, wenn wir die echt alle an die Oberfläche schleppen müssen, dann haben wir riesig Spaß Da müssen wir mal schauen, ey Ich habe da schon eine Idee Wir erkundigen uns mal und dann können wir hoffentlich Nächste Folge schon den einfachen Bosskampf machen, oder? Seid gespannt, Freunde Das ist wieder nice Vielleicht klonen wir auch einfach noch einen Basilisken Und ihr guckt euch das nochmal an Vielleicht Ihr könnt nicht zwei von mir ertragen Ich werde geschlagen Oh, schuldigung, ich werde nicht wieder in den Keller, bitte ich habe Angst, nein, nein, nein Okay, okay Ich will es ja nicht auch sagen, das war es für diese Folge, Leute Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Weil ja, wenn wir uns selber zurückziehen, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder Und ich wünsche euch allen, ihr habt einen ganz schönen Tag Und tschüss Tschüss Haut rein Nein, 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 nein Vielen Dank.